und siehst du mal was diese meinigen welt alles anrichtet die super die meinung eigentlich ist die in der farm welt funktioniert ja wunder prächtig also jetzt ist aber dann groß genug oder was jetzt ist groß genug ja du kannst auch diese diese hülle da noch kurz verkleiden und dann haben wir es auch gefallen schafe runter ich wollte gerade nicht mehr leben das war ja ich komme jetzt aber trotzdem hoch weil ich habe ein bisschen angst ja in den laser tun gleich da oben auf das mal vielleicht nicht ins loch rein wirft wo das jetzt so riesengroß ist so aber jetzt lehne ich mich mal zurück und braucht mal wieder eine bolzen doch das block weg machen jetzt kannst du weg machen ja ich brauche übrigens doch auch wieder eine normale spitzhacke mir ist jetzt schon ein paar mal passiert dass ich irgendwie aus versehen die aktiviert hatte wollte einen block weg machen und die ganze wand war weg weil dieses jahr hier level und das ist auch schon wenn man es nicht gerade möchte unangenehm okay so ja hier sind schon der ich glaube man verbrennt hier auch schon oder ich war versuch mal mehr ungern also er hat keine energie bisher aber auch eine wörter ja doch ja ehrlich und schon gehen und die 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 laser die ihn dann ist hart schon auch nicht gehen dazwischen solltest du jetzt auch nicht mehr gehen ich habe noch mal probiert die weiter wegzustellen soll falle aber mehr so der fühlt sich hier hier fühlt sich die workgeschichte los geht das schon mal los ja das ist ja schon wahnsinnige geschwindigkeit ja bin ich auch max output wir heute hier aber hier dein ding ist hier gleich leer übrigens ja 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 und nirg noch so nach strom was machst du jetzt ja mein ding wäre gesetzt also mehr jahre das recht sich überbrecher block halten dreck ja wenn du fliegst dauern noch länger ja super ich habe nicht gemerkt dass ich fliege ich kriege alle möglichen items ich auch mann ich doch nicht müssen wir dann warten bis das erste mal nach hause es liegen ja noch solarzellen nehmen im system ja 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 das können wir jetzt dann aufbohren also wenn du magst kannst du die auch holen schnell und enhanced energy conduits hätte ich ganz gerne ja ne der wasser enhanced dann immer schon die dann immer noch die dings die ende jetzt ein bisschen vertrieben welche richtung zurückfliegen sind so weit weg ja du hast gesagt sie soll mich ausbreiten und zwar nicht in deine richtung ach so den wollte ich doch gerade setzen aber das sind schon echt also wir brauchen echt auch portale bald hier zwischen unseren wie dreht man den denn hier gar nicht dreht er sich automatisch 107 ja wobei die 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 connecten ja nicht richtig was er connected die die solarzellen ja das schon also da brauchen wir nicht so viel von den conduits meine ich weggenommen nein aber der weltwind ist seine leistung Prozent er genau aber ich hätte das halt für jeden wo wir die leiten machen wir in diese richtung dass das nicht überdeckt genau was die kabel aber wie gesagt theoretisch aber das ist eine scheiß arbeit hier mit dem muss man ganz genau mitgegeben ja freilich wenn wir hier alle solarzellen dran haben da will ich nicht ja ja die leitung ist halt vier leitungen gezogen zu jedem pre charge aber das mache ich dann halt irgendwann noch in ruhe da kommt ja auch noch richtig die stelle das soll ja richtig schick werden das wird ja unsere haupteinnahmequelle demnächst ja da bin ich mal gespannt wieder eine falsch ach als wisst geht das ja hier wieder nicht ich vergesse das immer ja also manches manchmal geht und manche sachen gehen auch aber es geht generell nicht verwandelt besser nicht zwei 16 stück ja 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 gut an den Prozess und in der auch zu scheiße mehr okay jetzt müssen sich einer mal hinlegen können weil wir nur so lange und ist halt Blödsinn Ich fliege Ja Fliege nochmal So Dummdi dummdi dumm So Au Nein Aaaaah Dieses blöde Arschloch Hat er mich hier unten reingeschmissen Und auch bist schon wieder in ein Loch gefallen Ja Ja Pass auf Ich brenne So Ich fliege wieder zurück Ich brenne immer noch Ja Der ist relativ unangenehm Der Laser Auch von hier oben schaut es gar nicht so viel aus mit den Salatzeilen Im Vergleich zu deinem Feld hier Warum auch immer das so groß ist Ja das ist dann irgendwann mal sehen Oh Gott Ein bisschen Angst Aber wir haben noch nicht ein Item Ne Ja Ja Aber Irgendwie Was denn Naja Das Also da muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen Jetzt halt halt mal ab Soll ich mal drüben so einen weiteren Capacitor holen Kannst du natürlich machen Ja komm dann wo ich denke mal Da kommen schon übrigens Creeper Nicht dass sie dich wieder runter werfen Creeper? Ach du scheiße Ja Die finden das mit dem Nähtag glaube ich wirklich cool hier Au So Mit welchen kann ich denn entbehren? Die brauche ich aber wieder Ja ja ich habe nur volle Was ist sie? Was ist sie? Out Durch Off Ne das sollte reichen Da ist ja noch alles verbunden Einigermaßen Na ich hoffe es Kann man denen auch verschiedene Linsen geben? Ja ja Ganz mehrere Das erhöht halt immer die Chance Ja Das heißt Wenn du so eine Sache willst dann packst du da mehrere von den Linsen meine ich rein Also so habe ich das noch in Erinnerung Aha Ja da hinten an die habe ich da extra eine gelassen Achso Achso Die verbinden sich aber nicht Das sind unterschiedliche Hm doch doch die verbinden sich Hm Achso weil sie ab Weil er da abgibt Ja ja da gibt es hier 500 Grad ab Jetzt müsste theoretisch ja auch hier der Ja Ja Geht Ich habe einen Emerald Das habe ich einen Emerald Ja Cheater Nein Wo kommt denn der jetzt her? Ja von mir nicht Aber ich hoffe mir ist es nicht so ein Capacitor kaputt gegangen beim abbauen Weil da braucht man einen Emerald für Hm das war ja unangenehm Hä ich für die Großen? Ja Bis jetzt habe ich es hast du mir nur mal die Kleinen geschenkt Das will ich Ich habe überhaupt nichts geschenkt Du hast sie dir einfach genommen Na so schaut es aus Hier kannst du es aus Hier kannst du es haben Ja den alten Scheiß Tempo eher Tempo eher So jetzt ist er gleich so weit Ich halte Gleich Da bin ich mal gespannt was da schönes rauskommt Ich finde ich noch ganz tolles 3 7 6 5 4 3 2 1 Fertig Ein Emerald Ja den habe ich gerade rein Und Und Neter Quarz Ein Neter Quarz Ja da haben wir allerdings jetzt viel Energie reingesteckt für einen Neter Quarz Naja aber du hast gesagt die sind kostbar Die müssen wir jetzt auch malen noch ne Nö 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 Ey ich sag mal so wenn das dann hier mit Solar einfach so vor sich hin läuft dann kostet ja eben das ist ja im Prinzip ist ja das gleiche wie jetzt die Orchidee Der Vorteil hier ist eben Ähm Du kriegst den ganzen Rotz an Koppelstone nicht Ich weiß du bist gerade geil auf Koppelstone Ja kann man nicht genug haben Kann man nicht genug geil drauf sagen Ist das ein Daffel der Daffel Ja das ist das was ich hier alles rausgebracht habe Achso das war das Ja da war aber die Miningwelle bis jetzt schon Gut Neter Quarz hat es jetzt nicht gefunden aber Naja Möchtest du mir irgendetwas sagen Nein ich hatte die Dinger ja auch früher aber die brauchen schon schon echt viel Energie das heißt was was da halt dann wirklich wichtig ist dass man halt die den Fokus so das reinbaut was man wirklich braucht und was teuer ist also wenn er dann zum Schuss Gold immer nur rauskommt dann wäre das nicht so und wenn du vier hast geht es natürlich auch nochmal dann nochmal doppelt so schnell Ja wie gesagt jetzt wird das Feld hier aufgebaut mit mit äh schön hier kommt ein schickes Heuskind rum äh noch und äh ja und der Ah Moment haha das kann man aber anders machen Was denn? Ja weil dein Ding kann ja nur 1000 abgeben Ja ja richtig richtig Deswegen habe ich dir die Leitung ja so gelegt Dass du die da schön dran stellen kannst Weil der ist jetzt hier nämlich voll der kriegt das Zeug nämlich schon nicht mehr schnell genug darüber Jaaa da sieht das nämlich schon wieder anders aus Jetzt zieht er nämlich 5000 anstatt 500 Aha Und Ja Gleich Jetzt Jaa noch eins Ja Sehr gut Ja Also wie gesagt die Capacitor Banks die verbinden sich schon auch die unterschiedlichen Typen aber wenn natürlich zum Schluss der da ist der nur 1000 abgeben kann Wobei ich mich dann trotzdem wundert warum man dann nur 500 abgegeben hat und nicht Ich habe keinen mehr den hast du eingestellt glaube ich Aber ich denke ich den Warum Da stellen wir lieber den hin Weil der ja mehr abgeben kann Jetzt müsste es nochmal schneller gehen eigentlich Ja oh ja jetzt geht es ganz gut Da und wir haben ein Tin Ohr Ja 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 Ja